Der Tag hat begonnen, indem wir alle hierher gefahren sind und dann uns getroffen zu einem kurzen Stand-Up Meeting, haben geschaut, was sind die Ziele für heute. Jetzt aktuell sind noch sämtliche Einstellungen, das heißt die Teams prüfen aktuell alles, alles einsatzbereit, schauen das letzte Setup an, prüfen alles nochmal, sprechen die einzelnen Zuliefer auch an, involvieren die und soweit dann alles klar ist. Ich denke, so in einer halben, dreiviertel Stunde geht es dann noch los, die Fahrzeuge fahren raus und gehen dann an den Start.